Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Anke Ewertz und vielleicht kennst du mich schon von meinem Buch Neun Tage Unendlichkeit. Was mich ausmacht oder besonders macht oder mein Leben besonders macht, ist, dass ich durch eine sehr außergewöhnliche Nahtoderfahrung vollkommen aus meinem alten Leben herausgerissen wurde und neun Tage in Welten eingetaucht bin, die ich vorher niemals für möglich gehalten hätte. Dadurch hat sich mein Leben radikal verändert. Und ich freue mich unglaublich, hier mit Thomas Schmelzer gemeinsam einen wundervollen Online-Kurs ins Leben gerufen zu haben, der mir die Möglichkeit gibt, das, was ich dort in diesen neun Tagen erfahren habe, an dich weiterzugeben und dir damit Möglichkeiten an die Hand zu geben, dein Bewusstsein absolut zu entgrenzen, in Bereiche auszudehnen, die vielleicht auch du bisher für unmöglich hielst. Ich möchte dich hier in diesem Kurs auf eine Reise mitnehmen. Auf eine Reise anhand meiner eigenen Geschichte, die dich ganz persönlich betrifft. Wir werden in diesem Kurs in Bereiche deiner selbst eintauchen, die immer schon da waren, die dir immer schon zur Verfügung standen, die dir aber wahrscheinlich bisher nicht bewusst waren. Bereiche, die über deinen Denker hinausgehen, über das, was du für real hältst, hinausgehen. Und ich garantiere dir eins, es wird unglaublich spannend. Es wird eine Reise zu dir selbst sein. Denn um ein erfülltes Leben zu führen, muss man sich selbst durch und durch erfahren haben. Man muss begreifen, wer man wirklich ist. Und man muss ein Gefühl dafür bekommen. Es wurde so vieles geredet und erzählt. Hier in diesem Kurs ist mir das Fühlen wichtig. Mir ist wichtig, dass du dich als das erkennst, was du wirklich bist. Wir werden uns mit deinem Körper beschäftigen. Wir werden uns mit deinen Gedanken beschäftigen. Und auch mit deinen Gefühlen. Und wir werden in den verschiedenen Realitäten hin und her switchen. Du wirst also mit mir in Realitäten eintauchen, die jenseits deines Verstandes existieren. Und auch tief in dir drin. Es ist mein großer Wunsch, dir das zu vermitteln und an die Hand zu geben, was mein Leben radikal verändert hat. Was mich zu einem Mensch gemacht hat, der das Leben als ein Wunder sieht und der alles über den Haufen geschmissen hat, was ich früher von mir selbst dachte und von dem Leben glaubte. Ich weiß, dass das, was ich erfahren habe, jeder Mensch erfahren kann, der auf der Suche nach sich selbst ist. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du dazu gehörst, denn sonst würdest du dir jetzt dieses Video nicht ansehen. Ich lade dich ein, diesen Kurs zu fühlen, dir die wunderschönen Meditationen und Seelenreisen, in die ich dich mitnehme, herunterzuladen, sie so oft du möchtest, für dich anzuhören, dich führen zu lassen, deiner inneren Weisheit, deiner inneren Führung zu vertrauen. Und ich lade dich dazu ein, dein Leben und deinen Körper zu durchlichten. Und ich freue mich riesig, wenn du dabei bist. Lass uns gemeinsam auf eine spannende Reise zu dir selbst gehen. Lass uns gemeinsam auf eine spannende Reise zu dir selbst gehen. Untertitelung des ZDF, 2020